Es war einmal vor langer, langer Zeit. Genauer gesagt im Sommer 2004, als sich Europas Fußballnationen im Wettstreit um die Krone des Kontinents messen wollten. Und alle waren UEFA-Präsident Johanssons Ruf nach Portugal gefolgt, wo dieses Turnier stattfinden sollte. Italien schickte die goldene Generation der Squadra Azura um Andrea Pirlo, Francesco Totti und Alessandro Del Piero, die Three Lions aus dem Vereinigten Königreich mit einem 19-jährigen Monster namens Wayne Rooney und Legenden wie Gerard, Lampert oder Beckham. Die Niederlande schickte von Nistelroi, Robben, Snyder und Edgar Davids, um endlich den ersehnten zweiten EM-Titel nach Hause zu bringen. Die gefallenen Dominatoren aus Frankreich brachten ihre legendäre Truppe um Zidane, Ori, Trezeguet und Lilian Thiram zusammen, um die Scharte der WM 2002 auszusetzen. Mit dem amtierenden Vizeweltmeister Deutschland und Kahn, Klose und Ballack ist eh immer zu rechnen und auch die Gastgeber aus Portugal rechnen sich mit Figo, Rui Costa, Deco und einem jungen Mann namens Cristiano Ronaldo einiges für dieses Turnier aus. Vielleicht war es von den Namen her die bestbesetzte Europameisterschaft aller Zeiten. Welche dieser Nationen sollte den begehrten Titel erringen? Und wer von den eben genannten würde der große Held sein, der den Pokal am 4. Juli in den Nachthimmel recken dürfte? Tja, der Sommer 2004 verlief anders, als es sich alle Fußballfans in Europa vorgestellt hatten. Und die Helden hießen nicht Pirlo oder Van Nistelrooy, sie hießen Bassinas, Katsuranis, Karisteas oder Nikopolides. Oder Otto Rehagel. Und damit herzlich willkommen zum One Football Goals Griechenland 2004, als Otto Rehagel Europa schockte. In den 90er Jahren ist der griechische Fußball international zwar so erfolgreich wie nie, aber zeitgleich sind sie ehrlich gesagt einfach nur da. Denn irgendwas gewinnen konnten die Griechen nicht und sie waren auch immer Kilometer weit entfernt. 1994 ist es ein Riesenerfolg, dass man sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. In diesem Fall der WM in den USA. Doch, tja, in der Gruppenphase werden die Griechen gedemütigt. 0 zu 4, 0 zu 4, 0 zu 2, 0 zu 10 Torverhältnis und nach der Vorrunde geht es zurück nach Europa. Die WM 98 verpasst man, genauso die EM 96. Und als man auch für die EM 2000 und die WM 2002 die Qualifikation verpasst, ist klar, irgendwas muss hier geändert werden. Und dieser Neuanfang im August 2001 soll ausgerechnet mit einem Mann gelingen, der auf der Fußballbühne eigentlich nicht mehr stattfand. Der Mann war verschwunden. Man dachte, seine Karriere wäre vorbei. Wir reden von Otto Rehagel, einem der erfolgreichsten deutschen Trainer aller Zeiten, der auf Vereinsebene mit Düsseldorf, Bremen, dem FC Bayern und dem FC Kaiserslautern alles gewonnen hat, was es gibt. Zumindest mal auf deutscher Ebene. Deutscher Meister mit Bremen und Lautern, Pokalsieger mit Bremen und Lautern und dann ein ziemlicher Flop beim FC Bayern. Und die Euphorie in Griechenland nach der Verpflichtung ist trotzdem groß. Otto Rehagel soll der Heilsbringer sein. Zumindest bis zum Anpfiff des ersten Spiels, Freundschaftsspiel in Helsinki gegen Finnland 1 zu 5. Und vermutlich hat sich Otto Rehagel noch auf der Bank bei diesem Spiel entschieden. All klar, hier muss ein Umbruch her. Und es spielt eben in die Karten, dass man die Qualifikation zu WM 2002 schon vergeigt hat. Man hat bis nach der WM, also über ein Jahr Zeit, bis das nächste Pflichtspiel ansteht. Es ist natürlich die Qualifikation zu EM 2004 und Topiratico startet mit Problemen in die Qualifikation. Die ersten zwei Spiele sind zwei Niederlagen. Doch danach berappelt man sich, gewinnt sechs Spiele in Folge und kassiert kein einziges Gegentor. Otto Rehagel verortet in Griechen eine Defensivtaktik, wie sie in dieser Konsequenz im Fußball seit 30 Jahren nicht mehr gespielt worden ist. Es geht Otto Rehagel nur um das Verhindern und angesprochen darauf, wie unmodern der alternde Coach spielen würde, sagt er, modern ist, wer gewinnt. Die Tschechen haben eine sehr gute Mannschaft, aber entscheidend tun mal die Tore. Im Fußball gewinnt eben nicht immer der Beste. Dieses Zitat stammt von der EM 2004, sprich, ich habe das jetzt gerade ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber es erklärt ganz gut, wie die Griechen taktisch an Spiele herangingen. Und König Otto Rehagel machte kein Hehl daraus, dass die Stärken seiner Mannschaft halt eher in der eigenen Spielhälfte als in der gegnerischen liegen würde. Und er sagte mehr als einmal, ey, die Kernqualität eines Trainers ist es, zu erkennen, wo die Mannschaft die Stärke hat und diese auszuspielen. Und genau das tat er. Denn was auf dem Papier wie ein klassisches 4-4-2 darstellte, war eigentlich viel eher ein 4-1-2-2-1 mit einer Dreierkette vor der eigenen Viererkette, die nur darauf aus war, zu zerstören. Otto Rehagel wagte es doch tatsächlich, im europäischen Fußball 2004 mit einem klassischen Vorstopper zu spielen. Und nicht nur das, in manchen Phasen der Spiele spielte er auch noch einen Libero. Völlig aus der Zeit gefallen, aber nicht dumm. Am 12.06. nimmt die Geschichte ihren Lauf. Auftaktspiel. Griechenland gegen den Gastgeber Portugal. Die Portugiesen wollen dieses Turnier gewinnen. Und die Griechen bringen Gastgeschenke mit. Leider nur in einer anderen Form, als die Portugiesen es sich vorgestellt haben. Denn dieses Gastgeschenk ist eine stürmische Anfangsviertelstunde. Und schon früh treffen die Griechen zum 1-0 aus 20 Metern. Wie sehr das Tor von Karagounis den Portugiesen allerdings den Zahn ziehen würde, das konnten selbst die Griechen nicht ahnen. Denn es kommt überraschend wenig. Und kurz nach der Halbzeit legt Bassinas, der Vorstopper, per Elfmeter nach. 2-0. Und auch Christianos erstes Tor bei einem großen Turnier kurz vor Ende der Spielzeit ändert nichts daran. Griechenland gewinnt tatsächlich das Auftaktspiel und legt einen wichtigen Grundstein für den Rest der Gruppenphase. Jetzt wäre es allerdings zu einfach zu sagen, gut, die Griechen stellen sich mit 18 Mann rein, dann erzieht man halt keine Tore als Gegner. Aber sie machten das Ganze sogar ziemlich clever, denn sie hatten ein wichtiges Mantra. Den Gegner auf die Außen zwingen. Denn Otto Rehagel wusste, ey, wir haben hier nicht die schnellsten Verteidiger, aber die Kopfballstärksten. Und die Größten. Und gemeinsam mit der Dreierkette vor der eigenen Viererkette schafften sie es, dass A hinten so zugemauert ist, aber auch, dass die Flügelspieler der Portugiesen immer mit mindestens zwei Gegenspielern zu kämpfen hatten. Während Bassinas in die Viererkette zurückfiel, neben Dejas, der übrigens 1,97 Meter groß war, und jede Flanke, die die Portugiesen verzweifelt in den 16 erzimmerten, einfach rausschädelten. Dieser Auftragssieg erweist sich allerdings als unglaublich wichtig, denn am zweiten Spieltag gibt es ein 1 zu 1 gegen Spanien und dann eine 1 zu 2 Niederlage gegen Russland. Aber es reicht. Punktgleich setzt man sich gegen Spanien durch und steht tatsächlich in der K.O.-Runde der Europameisterschaft 2004. Das allein war schon der größte Erfolg, den Griechenland jemals bei einem großen Turnier hatte. Fußballgiganten und die kommenden drei Weltmeister, Italien, Spanien und auch Deutschland, sind zu diesem Zeitpunkt schon zu Hause. Das Ding ist gelaufen. Und Griechenland empfängt Frankreich. Eine der besten Fußballmannschaften, die wir jemals gesehen haben. Und Otto Rehagel zieht eine elementare Erkenntnis aus dem Spiel gegen Russland. Denn wenn man es nicht schafft, gegen eher limitierte Russen mit eigenen Mitteln das Spiel zu machen, dann wird es gegen eine der besten Mannschaften aller Zeiten, die Franzosen, auf gar keinen Fall funktionieren. Und deshalb gibt es genau eine Marschroute. Keine Gegentore. Und so stellt Rehagel um. Seine größte Sorge sind natürlich Sinedine Zidane und Thierry Ori. Der übrigens gerade von der Arsenal-Saison kommt, in der er in der Premier League mal eben 30 Tore gemacht hat. Und Otto Rehagel entscheidet sich nicht nur, dass Katsuranis von Noura und Thierry Ori jede Sekunde auf den Füßen stehen wird. Nein, seit Harides, der Außenverteidiger, wird eigentlich eher zum Manndecker. Er ist relativ schnell, deutlich schneller als Katsuranis und soll sich mit ihm um Ori kümmern. Und das klappt überraschend gut. Dadurch haben sie zwar überhaupt keinen Offensivdrang mehr über die Flügel, aber Ori wird mehr oder weniger aus dem Spiel genommen. Und vor dem Spiel dachte ihr, dass Katsuranis höchstwahrscheinlich der Mann sein wird, der sich um Thierry Ori kümmern wird. Und das tat er auch in Phasen. Aber allen voran war es halt Harides, der Außenverteidiger, der überhaupt nicht wie ein Außenverteidiger spielte. Offensivdrang war weg. Harides war der schnellste Spieler der Griechen, oder einer der schnellsten. Und wurde als persönlicher Manndecker für den feitschnellen Thierry Ori abgestellt. Und das funktionierte überraschend gut. Und bei Sinedine Zidane, tja, da kam es Reagel zugute, dass der Nationaltrainer der Franzosen ihn nicht richtig einsetzte. Nicht auf der 10, sondern auf der Halbposition rechts. Auswärtiger Fissers, Katsuranis, Karagunis. Drei Mann kümmern sich um Sinedine Zidane. Drei Mann wechseln sich ab und gehen jeden Meter mit, den der Superstar in die eigene Hälfte, also in die Hälfte der Griechen, eindringt. Und das zahlt sich aus. Die Griechen sind giftiger als ein Kopf Fliegenpilze und tanzen Tango auf der Linie zwischen legal und illegal. Und vermeiden es den Franzosen auch nur irgendwelche Standards zu schenken. Keine dummen Fouls. Eine der goldenen Regeln von Otto Rehagel bei dieser EM 2004. Und es macht sich bezahlt. Das Spiel liegt brach. Es ist quasi null Bewegung im ganzen Spiel und ist absolut scheußlich anzugucken. Das große Problem für die Franzosen. Damit hatten die Griechen sie auf ihr Niveau runtergezogen. Statt Florettfechten reden wir hier von einem Bare-Nuckle-Fight. Und niemand möchte gegen Delas Bare-Nuckle-Fighten. Das kann ich euch versprechen. Und die Blau-Weißen, in diesem Fall, wenn ich sage Blau-Weiß, meine ich die Griechen, wissen ganz genau, was sie brauchen. Und sie kriegen es. In der 65. Minute unterschätzt Lisa Rasou einen Flügellauf der Griechen. Die Sechser der Franzosen sind faul. Reagieren nicht, rücken nicht nach. Die Flagge kommt rein. Und Karisteas nickt zum zweiten Mal in diesem Turnier ein. Unhaltbar. Klappe zu. Affe tot. Von den Franzosen kommt nichts mehr. Und Griechenland steht im Halbfinale. Doch hier wartet die tschechische Republik. Die vermutlich beste Mannschaft dieses Turniers. Medved, Proborski, Ossitzki, Milan Barosz, der in absoluter Überform agiert. Oder auch Dortmunds Jan Koller spielen in der Offensive der Tschechen. Und Otto Rehagel macht keine Gefangenen mehr. Fünferkette. Vorstopper. Libero. Saitarides tarnt sich nicht mehr mehr als Außenwahlreger, sondern spielt komplett Manndecker. Das Tor von Nikolopoulidis soll einfach nur zugenagelt werden. Und Überraschung, das klappte. Nicht. Wirklich nicht. Die ersten 20, 30 Minuten stehen die Griechen unter Dauerbeschuss. Die Tschechen lernen aus dem, was die Franzosen falsch gemacht haben. Koller und Barosz. Barosz? Milan Barosz. Ja doch. Und Barosz. Lassen sich immer wieder extrem tief fallen. Dann kommt Barosz mit Tempo. Und Koller, der Mann ist 2 Meter groß. Und Dejas mit 1,97 Meter hat trotzdem Probleme, obwohl er einer der größten Spieler bei diesem Turnier ist. Die Griechen sind drauf und dran, ein Gegentor zu kassieren. Aber Nikolopoulidis im Tor hält alles. Und Bassinas, der Vorstopper, macht Meter und stopft Löcher, wie man es kaum von einem Spieler zuvor gesehen hat. Eine unglaubliche Leistung der griechischen Pferdelunge. Und vermutlich hätten die Tschechen das ganze Ding sogar nach Hause fahren können. Doch es kommt natürlich, wie es kommen muss. Und Pavel Netwert verletzt sich nach 30 Minuten und muss zur Halbzeit drinnen bleiben. In der zweiten Halbzeit erspielen sich die Griechen tatsächlich einige Chancen. Und sie schaffen es, sich etwas zu entlasten und diesen Dauerdruck der Tschechen abzuwehren. Doch kein Tor fällt. 0 zu 0. Es geht in die Verlängerung. Und Otto Rehagel wechselt zum ersten Mal im gesamten Turnier offensiv und überrascht die Tschechen komplett. Habe ich euch schon mal erzählt, dass Trajanos Dellers mit Meter 97 groß ist? Ich glaube, zwei bis drei Mal bis jetzt. Gut, das war die erste Info, die ihr braucht. Und die zweite Info, die ihr braucht, ist, bei der EM 2004 haben wir Silver Goal gespielt. Silver Goal bedeutet folgendes. In der Verlängerung, wenn in der ersten Halbzeit ein Tor fällt, wird nur bis zur Halbzeit der Verlängerung gespielt und dann ist Feierabend. 105. Minute, kurz vor Halbzeit, Griechenland Eckball, Dellers rückt auf, 1-0, 30 Sekunden später pfeift Pierluigi Colina ab. Griechenland steht im Finale. Die beste Mannschaft des Turniers ist raus. Portugal, Frankreich, Tschechien, Griechenland schlägt auf dem Weg ins Finale alle. Und wer war sie jetzt in diesem Finale? Die Portugiesen. Und der große Unterschied zu den letzten Spielen. Sie wissen ja schon, wie sie Portugal schlagen können. Es ist nicht mal einen Monat her, dass sie das gemacht haben. Und auch wenn die Portugiesen auf fünf Positionen umstellen und unter anderem Deco und Cristiano Ronaldo diesmal von Anfang an ranlassen, die Griechen wissen, was sie tun müssen. Und überstehen die erste Halbzeit relativ unversehrt. 0-0 zur Pause. Und dann drehen sie auf. Maniche und Co. kommen im Mittelfeld der Portugiesen mit dem griechischen Pressing überhaupt nicht zurecht. Und immer und immer wieder haben die Griechen Standard-Situation, wenn wir eines gelernt haben. Danach sind sie in diesem Turnier ziemlich, ziemlich gefährlich. Und es kommt, wie es kommen muss. Eckball, Bassinas, Riccardo segelt vorbei. Und Caris Theas, ja, Carlos Caris Theas, Clubfans und ich glaube sogar Schalke-Fans auch. Und natürlich Bremen-Fans werden sich an ihn erinnern. Nickt ein. Schon wieder. 57. Minute. 1-0 Griechenland im EM-Finale. Die Portugiesen sind nicht bereit. Sie sind nicht bereit, dieses Ding in der eigenen Küche, einem eigenen Wohnzimmer, so einfach herzuschenken. Wütende Angriffe über Deco, Cristiano Ronaldo und natürlich auch Luis Figo scheitern immer und immer wieder Nico Polidis. Sie kriegen das Ding einfach nicht über die Linie. Nico Polidis wird mehr und mehr zum Fels in der Brandung. Und weil ein Flitzer aufs Feld gelaufen ist, werden fünf Minuten nachgespielt. Und nach 95 Minuten ist Schluss. Griechenland hat gewonnen. 1-0. Portugal versinkt in Tränen. Griechenland im Freudentaumel. Und Fußball-Europa reibt sich ungläubig die Augen. Otto Rehagel und sein Team haben es tatsächlich geschafft. Sie haben Europas Fußball-Elite düpiert. Kein Pirlo, kein Van Nistelrooy, kein Kahn, kein Balak. Die Helden heißen Caristeas, Bassinas, Nico Polidis oder auch Deas. Kein Mensch hätte das vor diesem Turnier erwartet. Es ist der 4. Juli 2004 und Griechenland ist der sensationellste Europameister in der Fußballgeschichte. Und das war es vom Goats Griechenland, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier aus meinem Heimstudio. Gerne in die Kommentare, welche Goats ihr noch sehen wollt. Ich habe noch ein paar auf Lager. Ihr habt mir schon sehr viel Input gegeben. Das war es für heute, Freunde. Genießt diesen wunderbaren Sonntag oder wann auch immer, der schaut noch. Und macht's gut.